Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Handytest von Aeromobile.de. Mein Name ist Andreas Seger, Stefan Schomberg sitzt wie immer neben mir. Und wir haben uns zwei Handys heute angeschaut, das Sony Ericsson Xperia X1 und das HTC Touch HD. Kann man die Handys überhaupt miteinander vergleichen, Stefan? Naja, es sind auf jeden Fall beides die absoluten Top-Handys momentan, die auf dem Markt sind. Beide sind extrem gut ausgestattet, nur einen kleinen Unterschied gibt es halt. Und zwar, das Xperia geht mehr in Richtung Business und Office. Allein schon durch die Volltastatur, durch die ausziehbare. Und das Touch HD geht auf jeden Fall eher in Richtung Multimedia. Das sieht man natürlich auch an dem riesigen Touchscreen 3,8 Zoll. Der macht natürlich Bildbetrachtung oder Videos richtig Spaß. Ja, aber man kann die Geräte natürlich auf jeden Fall miteinander vergleichen. Beide Geräte sind ja absolutes High-End. Also teurer geht es ja gar nicht. Und viel mehr Technik kann man gar nicht mehr reinstecken in so ein Handy. Und uns ist auch aufgefallen, dass viele unserer Leser sich fragen, welches von beiden Top-Produkten denn das Bessere ist. Und da haben wir jetzt mal fünf Kategorien gewählt und werden dann mal am Ende herausfinden, welches Handy da besser abschneidet. Und wir fangen jetzt einfach mal an mit Design, Verarbeitung und Formfaktor. Vergleicht man die beiden Handys, fällt auf jeden Fall als allererstes mal die Dicke auf. Das Sony Ericsson Xperia X1 misst fast 17 mm in der Tiefe. Das HD im Gegensatz nur 12 mm. Dafür ist das Touch HD aber auch breit wie eine Schokoladentafel. Also es misst 63 mm in der Breite. Das Xperia dagegen ist viel schmaler. Es kommt nämlich mit 53 mm aus. Das ist aber eigentlich auch egal, weil man muss sich darüber im Klaren sein. Wenn man sich diese Handys kauft, in die Hosentasche kann man sie nicht mehr stecken. Wenn man das X1 in die Hand nimmt, dann spürt man kühles Metall. Sony Ericsson hat sich wirklich viel Mühe bei der Materialwahl gegeben. Das Gerät sieht unheimlich edel aus und verfügt im Gegensatz zum Touch HD über eine ausziehbare Volltastatur, die also auch bequemes Schreiben ermöglicht. Das Touch HD hat keine Tastatur und besteht nur aus Kunststoff. Ja, der Punkt geht klar an Sony Ericsson. Da kann das Touch HD nicht mithalten. 1 zu 0 würde ich sagen. Ja, ist richtig. Muss ich leider neidlos anerkennen. Aber ist ja noch nicht vorbei, unser Vergleichstest. Und wir schauen uns einfach mal die Kamera an. Vielleicht kann da das HD ja dann nochmal aufholen. Wenn man beim Touch HD in die Kameravorschau wechselt, dann wird man fast erschlagen von diesem riesigen Bild. Ich meine, der Touchscreen misst 3,8 Zoll und die Kameravorschau breitet sich dann darauf aus. Das sieht schon beeindruckend aus. Ja, auch sehr beeindruckend. Gerade auf dem großen Display ist natürlich der selektive Autofokus. Ich klicke irgendwo hinten auf diesem riesen Display und da stellt das Gerät dann auch scharf und ich kann anschließend das Foto halt schießen. Ja, was halt schade ist, wenn ich in die Optionen des HD gehe. Ich habe da wirklich eine große Auswahl, eine große Flut an Auswahlmöglichkeiten, aber größtenteils belanglose Sachen. Und obwohl die Kamera 5 Megapixel vorweisen kann, kann sie mit der 3,2 Megapixel Kamera des Xperia nicht mithalten. Die Xperia Kamera verfügt übrigens auch über einen selektiven Autofokus, genauso wie das Touch HD also. Aber Sony Ericsson hat noch viel mehr Spiele reingepackt. Ganz wichtig ist, das Gerät verfügt über einen LED-Blitz. Der ist zwar sehr schwach, aber es ist immer noch besser, als wenn ich gar keinen Blitz habe, so wie beim Touch HD. Ja, Stefan, 2-0, oder? Tja, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, aber du hast recht, ganz klar, 2-0. Machen wir einfach weiter und schauen uns einfach mal die Musik an. Ich bin mir ziemlich sicher, ich hole jetzt langsam aber sicher auf mit meinem HD. Okay, wir schauen. Ja, auch bei der Musik spielt natürlich das Touch HD durch das riesige Display seine Vorteile aus. Coverflow macht hier richtig Spaß. Ich kann mir die ganzen Alben hier einfach so durchblättern. Und auch dabei sieht man natürlich wieder, dass das Display wesentlich schneller und sensibler reagiert. Zusätzlich habe ich natürlich auch eine riesige Auswahl an Vorsortierungen. Da hat also HTC wirklich gute Arbeit geleistet. Sortierung ist ein gutes Stichwort. Die fehlen mir nämlich größtenteils beim Xperia X1. Ich habe da zwar eine schicke Medienoberfläche, die auch flüssig reagiert, aber meine Songs kann ich nur nach Album oder Künstler sortieren. Sowas Erweitertes wie Genres, wie Podcasts zum Beispiel, die fehlen mir da. Der Klang ist bei beiden Geräten recht gut. Beide Geräte haben auch einen 3,5mm-Port. Das HD hat noch zusätzlich einen Equalizer. Ja, wie ich es dir gesagt habe, Andreas, der Punkt geht doch wohl ganz klar ans HD, oder? Ja, da muss man klar anerkennen. Da bietet HTC ein bisschen mehr als Sony Ericsson. Aber wir gehen jetzt mal weiter zum Internet und schauen mal, wer da die Nase vorn hat. Auf dem Xperia X1 werkelt der Opera 9.5. Das ist einer der besten Browser für Handys, die man derzeit findet. Der rendert Seiten wirklich flüssig, stellt alle Inhalte schnell dar und ermöglicht eine sehr bequeme Bedienung über den Touchscreen. Obwohl beide Handys die gleiche riesige Auflösung von 800x480 haben und damit echt scharfe Bilder aufs Display zaubern und beide auch den gleichen Browser benutzen, muss man ganz klar sagen, da hat das HD wieder die Nase vorn, denn das Display ist mit 3,8 Zoll im Vergleich zu 3 Zoll des X1 wesentlich größer und übersichtlicher. Ja, wir haben einfach mal unsere Seite area-mobile.de aufgerufen und da sieht man sehr schön, wie die Inhalte, wie die Seiteninhalte reingeflutscht kommen. Hier sieht man auch schön, wenn ich das Handy drehe, dann dreht das der Displayinhalt mit ins übersichtlichere Querformat. Das ist nämlich der große Nachteil beim Sony Ericsson Xperia. Der Hersteller hat leider keinen Lagesensor verbaut. Das heißt, wenn ich das Gerät einfach so drehe, dreht sich der Bildschirminhalt leider nicht mit. Dafür muss ich nämlich erst die Querstastatur ausziehen. Dann geht das zwar ganz flüssig mit dem Drehen, aber naja, ich kann es nicht automatisch machen. Hier kann man nochmal schön sehen, dass das Xperia den gleichen Komfort bietet, wie auch das Touch HD. Der große Unterschied ist einfach die Displaydiagonale. Das Touch HD hat einfach mehr Übersicht. Ja, es wird nochmal richtig spannend zum Ende. 2-2 steht es gerade. Wir haben noch einen Punkt offen und mal schauen, wer dann am Ende der Sieger wird. Ja, der letzte Punkt ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, nämlich die Bedienung. Schauen wir uns mal an und dann werden wir es sehen. Touch Flow 3D heißt die Bedienoberfläche, die HTC auf das Windows-Mobile-Betriebssystem aufsetzt. Der Hersteller hat eine langjährige Erfahrung mit dieser Oberfläche und das merkt man dem Gerät auch an. Es reagiert in jeder Situation sehr flüssig. Der Touchscreen ist außerordentlich empfindlich. Also da ist eigentlich kein Unterschied mehr zum iPhone zu erkennen, außer dass das Display viel größer ist als beim Apple Handy. Ja, es geht alles wirklich super flüssig von der Hand, auch noch wesentlich schneller, als es noch beim Touch Diamond zum Beispiel gewesen ist. Da hat also HTC wirklich gute Verbesserungsarbeit geleistet und das ist auch schwer zu übertreffen momentan. Auch hier punktet das HD natürlich ja durch die schiere Größe des Displays. Ich habe keine Probleme mehr damit, in den Windows-Untiefen mich zurechtfinden zu müssen. Das geht alles mit dem Finger. Da gibt es wirklich kaum Grund zu meckern. HTC hat das Windows-Mobile-Betriebssystem perfekt unter einer wirklich gut funktionierenden Oberfläche versteckt. Sony Ericsson gelingt das nicht ganz so gut. Der Hersteller setzt nämlich zum ersten Mal seine neuartige Panel-Bedienung ein. Es ist ja auch das erste Windows-Mobile-Handy von Sony Ericsson und da merkt man schon, dass der Hersteller noch ein bisschen Nachholbedarf hat. Und das ist ziemlich schade, denn der Prozessor ist extrem schnell. Das sieht man eigentlich auch sonst bei allen Anwendungen. Nur bei den Panels, naja, da ruckelt es manchmal ein bisschen. Oder aber es wird mir halt erst ein Screenshot vorgegaukelt, der mir dann halt sagen soll, hey, ich bin schon fertig und trotzdem muss ich noch ein, zwei Sekunden warten, bis ich dann endlich was tun darf. Das ist eigentlich seltsam, denn die Hardware, die beide Handys verwenden, ist im Prinzip identisch. Es ist der gleiche 528 MHz Prozessor, den beide verwenden. Beim Touch HD ist der RAM-Speicher ein bisschen größer, 288 MB sind es. Beim Xperia X1 sind es nur 256 MB. Der große Vorteil der Panel-Bedienung besteht darin, dass ich mir aus dem Internet weitere herunterladen kann. Da ist also noch mit viel Online-Support von Sony Ericsson zu rechnen und da wird sicherlich auch bald ein Firmware-Update kommen. Ja, Andreas, ich würde sagen, den letzten Punkt, den Punkt Bedienung, hat das HD ganz klar für sich entschieden. Und insofern kann man auch ganz klar sagen, es gibt einen Sieger und der lautet? Ja, ich muss es zähneknirschen zugeben, der Sieger lautet Touch HD in unserem Vergleich. Liegt mit 3 zu 2 Punkten knapp vorne. Aber man sollte das nicht überbewerten, weil es kommt letztendlich darauf an, was ich von einem Smartphone möchte. Wenn ich kompromisslos auf Internet und Multimedia setze, dann bin ich ganz klar mit dem Touch HD besser beraten. Wenn ich die ausgewogenere Mischung suche, wenn es mir wichtig ist, unterwegs noch E-Mails zu schreiben, dann greife ich zum Xperia. Da bietet es einfach mehr, nämlich eine Kompletttastatur. Also es kommt letztendlich darauf an, was will ich von einem Handy. Und gut sind sie beide. Das ist ja letztendlich auch das, was wir eingangs schon gesagt hatten. Und das hat sich ja jetzt quasi im Test nur bewahrheitet. Und insofern kommen wir mit diesem Fazit auch zum Ende unseres Videos und verabschieden uns wie immer. Und weisen darauf hin, auf area-mobile.de gibt es natürlich noch weitaus mehr Testberichte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Der Punkt geht klar an Sony Ericsson. Und da fangen wir jetzt ganz einfach mal an. Die in vier Kategorien. Gerade auf dem großen Display ist natürlich der selektive Autofokus. Ich klicke irgendwo hin auf diesem Riesendisplay und da stellt das Gerät dann auch scharf und ich kann anschließend das Foto halt schießen. Ja, was halt schade ist, wenn ich in die Optionen des HD gehe. Ich habe da wirklich eine große Auswahl, eine große Flut an Auswahlmöglichkeiten, aber größtenteils belanglose Sachen. Und obwohl die Kamera 5 Megapixel vorweisen kann, kann sie mit der 3,2 Megapixel Kamera des Xperia nicht mithalten. Die Xperia Kamera verfügt übrigens auch über einen selektiven Autofokus, genauso wie das Touch HD also. Aber Sony Ericsson hat noch viel mehr Spiele reingepackt. Ganz wichtig ist, das Gerät verfügt über einen LED-Blitz. Der ist zwar sehr schwach, aber es ist immer noch besser, als wenn ich gar keinen Blitz habe, so wie beim Touch HD. Ja, Stefan, 2-0, oder? Tja, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, aber du hast recht. Ganz klar, 2-0. Machen wir einfach weiter und schauen uns einfach mal die Musik an. Ich bin mir ziemlich sicher, ich hole jetzt langsam aber sicher auf mit meinem HD. Okay, wir schauen. Ja, auch bei der Musik spielt natürlich das Touch HD durch das riesige Display seine Vorteile aus. Coverflow macht hier richtig Spaß. Ich kann mir die ganzen Alben hier einfach so durchblättern und auch dabei sieht man natürlich wieder, dass das Display wesentlich schneller und sensibler reagiert. Zusätzlich habe ich natürlich auch eine riesige Auswahl an Vorsortierungen. Da hat also HTC wirklich gute Arbeit geleistet. Sortierung ist ein gutes Stichwort. Die fehlen mir nämlich größtenteils beim Xperia X1. Ich habe da zwar eine schicke Medienoberfläche, die auch flüssig reagiert, aber meine Songs kann ich nur nach Album oder Künstler sortieren. Sowas Erweitertes wie Genres, wie Podcasts zum Beispiel, die fehlen mir da. Der Klang ist bei beiden Geräten recht gut. Beide Geräte haben auch einen 3,5mm-Port. Das HD hat noch zusätzlich einen Equalizer. Ja, wie ich es dir gesagt habe, Andreas, der Punkt geht doch wohl ganz klar ans HD, oder? Ja, da muss man klar anerkennen. Da bietet HTC ein bisschen mehr als Sony Ericsson. Aber wir gehen jetzt mal weiter zum Internet und schauen mal, wer da die Nase vorn hat. Auf dem Xperia X1 werkelt der Opera 9.5. Das ist einer der besten Browser für Handys, die man derzeit findet. Der rendert Seiten wirklich flüssig, stellt alle Inhalte schnell dar und ermöglicht eine sehr bequeme Bedienung über den Touchscreen. Obwohl beide Handys die gleiche riesige Auflösung von 800x480 haben und damit echt scharfe Bilder aufs Display zaubern und beide auch den gleichen Browser benutzen, muss man ganz klar sagen, da hat das HD wieder die Nase vorn, denn das Display ist mit 3,8 Zoll im Vergleich zu 3 Zoll des X1 wesentlich größer und übersichtlicher. Ja, wir haben einfach mal unsere Seite area-mobile.de aufgerufen und da sieht man sehr schön, wie die Inhalte, wie die Seiteninhalte reingeflutscht kommen. Hier sieht man auch schön, wenn ich das Handy drehe, dann dreht das der Displayinhalt mit ins übersichtlichere Querformat. Das ist nämlich der große Nachdruck. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Handytest von area-mobile.de. Mein Name ist Andreas Seger, Stefan Schomberg sitzt wie immer neben mir und wir haben uns zwei Handys heute angeschaut, das Sony Ericsson Xperia X1 und das HTC Touch HD. Kann man die Handys überhaupt miteinander vergleichen, Stefan? Naja, es sind auf jeden Fall beides die absoluten Top-Handys momentan, die auf dem Markt sind. Beide sind extrem gut ausgestattet, nur einen kleinen Unterschied gibt es halt und zwar das Xperia geht mehr in Richtung Business und Office und allein schon durch die Volltastatur, durch die ausziehbare und das Touch HD geht auf jeden Fall eher in Richtung Multimedia. Das sieht man natürlich auch an dem riesigen Touchscreen 3,8 Zoll. Der macht natürlich Bildbetrachtung oder Videos richtig Spaß. Ja, aber man kann die Geräte natürlich auf jeden Fall miteinander vergleichen. Beide Geräte sind ja absolutes High-End, also teurer geht es ja gar nicht und viel mehr Technik kann man gar nicht mehr reinstecken in so ein Handy und uns ist auch aufgefallen, dass viele unserer Leser sich fragen, welches von beiden Top-Produkten denn das Bessere ist und da haben wir jetzt mal fünf Kategorien gewählt und werden dann mal am Ende rausfinden, welches Handy da besser abschneidet und wir fangen jetzt einfach mal an mit Design, Verarbeitung und Formfaktor. Vergleicht man die beiden Handys fällt auf jeden Fall als allererstes mal die Dicke auf. Das Sony Ericsson Xperia X1 misst fast 17 Millimeter in der Tiefe. Das HD im Gegensatz nur 12 Millimeter. Dafür ist das Touch HD aber auch breit wie eine Schokoladentafel. Also es misst 63 Millimeter in der Breite. Das Xperia dagegen ist viel schmaler. Es kommt nämlich mit 53 Millimetern aus. Das ist aber eigentlich auch egal, weil man muss sich darüber im Klaren sein, wenn man sich diese Handys kauft, in die Hosentasche kann man sie nicht mehr stecken. Wenn man das X1 in die Hand nimmt, dann spürt man kühles Metall. Sony Ericsson hat sich wirklich viel Mühe bei der Materialwahl gegeben. Das Gerät sieht unheimlich edel aus und verfügt im Gegensatz zum Touch HD über eine ausziehbare Volltastatur, die also auch bequemes Schreiben ermöglicht. Das Touch HD hat keine Tastatur und besteht nur aus Kunststoff. Ja, der Punkt geht klar an Sony Ericsson. Da kann das Touch HD nicht mithalten. 1 zu 0 würde ich sagen. Ja, ist richtig. Muss ich leider neidlos anerkennen, aber ist ja noch nicht vorbei in unserem Vergleichstest und wir schauen uns einfach mal die Kamera an. Vielleicht kann da das HD ja dann nochmal aufholen. Wenn man beim Touch HD in die Kameravorschau wechselt, dann wird man fast erschlagen von diesem riesigen Bild. Ich meine, der Touchscreen misst 3,8 Zoll und die Kameravorschau breitet sich dann darauf aus. Das sieht schon beeindruckend aus. Ja, auch sehr beeindruckend. Wir haben Sony Ericsson Xperia. Der Hersteller hat leider keinen Lagesensor verbaut. Das heißt, wenn ich das Gerät einfach so drehe, dreht sich der Bildschirminhalt leider nicht mit. Dafür muss ich nämlich erst die Quertastatur ausziehen. Dann geht das zwar ganz flüssig mit dem Drehen, aber naja, ich kann es nicht automatisch machen. Hier kann man nochmal schön sehen, dass das Xperia den gleichen Komfort bietet wie auch das Touch HD. Der große Unterschied ist einfach die Displaydiagonale. Das Touch HD hat einfach mehr Übersicht. Ja, es wird nochmal richtig spannend zum Ende. 2,2 steht es gerade. Wir haben noch einen Punkt offen und mal schauen, wer dann am Ende der Sieger wird. Ja, der letzte Punkt ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, nämlich die Bedienung. Schauen wir uns mal an und dann werden wir es sehen. Touchflow 3D heißt die Bedienoberfläche, die HTC auf das Windows Mobile Betriebssystem aufsetzt. Der Hersteller hat eine langjährige Erfahrung mit dieser Oberfläche und das merkt man dem Gerät auch an. Es reagiert in jeder Situation sehr flüssig. Der Touchscreen ist außerordentlich empfindlich. Also da ist eigentlich kein Unterschied mehr zum iPhone zu erkennen, außer dass das Display viel größer ist als beim Apple Handy. Ja, es geht alles wirklich super flüssig von der Hand, auch noch wesentlich schneller, als es noch beim Touch Diamond zum Beispiel gewesen ist. Da hat also HTC wirklich gute Verbesserungsarbeit geleistet und das ist auch schwer zu übertreffen momentan. Auch hier punktet das HD natürlich ja durch die schiere Größe des Displays. Ich habe keine Probleme mehr damit, in den Windows... Ich habe keine Probleme mehr damit in den Windows...